ja und damit ein ganz großes hallo und herzliches willkommen herzlich willkommen meine lieben zockerfreunde zu einem weiteren kleinen infovideo aber bevor wir ins detail gehen würde ich mich freuen wenn ihr meinen promocode verwenden würdet ist auch noch mal in der video beschreibung könnt ihr euch raus kopieren davor und danach darauf achten dass kein leitzeichen ist dann bekommt ihr als anfänger einen kleinen bonus ebenfalls in der video beschreibung ein link falls ihr euch noch nicht registriert habt würde ich mich auch freuen wenn ihr den verwenden würdet wenn ihr euch noch nicht registriert habt so jetzt zum job beziehungsweise zu meiner tabelle zu den jobs die habe ich jetzt noch mal überarbeitet weil sich ja das gehalt verändert hat und ich habe das so strukturiert einmal job voraussetzung art der kosten also zum beispiel den trucker job da braucht er visum stufe fünf führerschein c was für kosten fallen an lkw miete plus führerschein die kosten insgesamt 3500 dollar dann geld pro tor oder pro pro point das konnte man bei dem trucker job wie auch beim angler was wir bisher gemacht haben nicht ausmachen aber zum beispiel der auto mechaniker 1000 dollar das ist noch der alte wert dann der verdienst den wir erwirtschaftet haben nach einer stunde alt und hier haben wir im prinzip die neuen gehälter zum beispiel der auto mechaniker ist um 70 prozent gestiegen sind 1700 dollar was dann einen neuen verdienst ausmachen würde von 27 27 1200 dollar nur eine steigerung von 70 prozent dann habe ich hier in der spalte die absolvierten punkte in einer stunde hier zum beispiel fünf fahrten hatten wir erledigt in einer stunde die voraussetzung für ein level up wären 25 fahrten was dann bedeuten würde fünf stunden müssten wir fahren um die um ein level up zu bekommen sind natürlich alles bloß bloß richtwerte dass ihr euch vielleicht ein bisschen orientiert welcher job ist cool welcher mit welchem job kann man ganz gut geld verdienen darum geht es mir ja eigentlich das sind wie gesagt bloß alles richtwerte der verdienst kann natürlich wesentlich anders ausfallen genauso wie die zeit da könnte halt schneller oder halt auch langsamer sein was individuell von euch abhängt so ich denke mal das soll es gewesen sein mit diesem kurzen info video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würde ich mich über ein like und ein abo freuen und dann sehen wir uns mit dem nächsten video wieder also leute bis dahin und tschau tschau